So, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, Freunde, ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen was probieren. Und zwar, ich habe vor, ich möchte gerne, dass der Kanal noch aktiver wird, sprich, dass ich noch mehr Videos rausballere. Und da habe ich mir überlegt, es ist langsam mal Zeit für eine kleine Serie. Und meiner Meinung nach ist das Spiel, was am besten auf YouTube ankommt, einfach Brawl Stars. Es ist einfach so. Und da habe ich mir gedacht, Leute, spielen wir heute mal zusammen. Auch wenn ihr es noch nicht wusstet, aber Brawl Stars! Sorry, ich musste es immer brüllen, das ist einfach so drin. Ich sage euch, wie es ist. Gut, also, für die, die nicht wissen, was Brawl Stars ist. Brawl Stars ist im Endeffekt ein Echtzeitstrategiespiel, sprich, ein Beat'em'up, ja, ein Battle-Arena-Game. Also, man ist in einer Arena und man kämpft gegeneinander, ja. Es gibt verschiedene Modi. Wichtig hierbei ist nur für euch, ich werde das Ganze Uncut bringen, ja. Zwar, der Anfang ist jetzt ein bisschen geschnitten, aber das Video an sich ist dann Uncut. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich habe Brawl Stars schon ein paar Mal gespielt. Allerdings ist der Account, den ich habe, noch recht neu. Ich habe einmal im Stream zusammen mit ein paar Zuschauern gezockt, ja. Aber, Freunde, ich dachte mir, wenn wir das jetzt mal als kleine Reihe anfangen. Ich habe mir direkt mal hier einen Brawl Pass gekauft, ne. Und da habe ich hier eine Megabox. Also, Leute, jetzt gibt es erstmal ein fettes Pack-Opening. So, ich klicke hier jetzt drauf. Ich werde das Beste, was du kriegen kannst. Münzen, ha, gut. Power-Punkte. Power-Punkte für den Karl. Power-Punkte für den Poco. Haha. Marken-Verdoppler. War das jetzt gut oder war das nicht gut? Ich weiß es tatsächlich nicht. So, Freunde, dann kommen wir mal zum eigentlichen Gameplay. Also, ich würde sagen, wir haben hier neue Sachen freigeschaltet. Juwelen-Jagd und Showdown am Säurensee. Komm, wir machen erstmal Juwelen-Jagd. Das ist das Standard-Ding. Wir haben hier den Karl gerade. Den Karl habe ich auch noch nie gespielt. Und ich würde sagen, wir schlagen gar nicht lang. Geht aber mal rein und gucken uns das mal an. So, hier, verbinden. Haha. Verbindet sich sehr, sehr schnell. Genau. Und jetzt ist in der Mitte so ein Topf, wo so Sternchen rausfliegen. Und die müssen wir einsammeln als Team. Ja, das sind hier die Jungs. Und wenn wir als erstes zehn von den Juwelen eingesammelt haben, dann läuft ein Timer runter. Und dann, oh, ich habe einen Fernkämpfer. Oh, 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 oh. Ich muss erstmal wissen, wie mein Typ hier funktioniert. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, pass auf. Das Karlchen, wir bleiben jetzt einfach mal hier hinten. Oh, ich treffe ja sehr, sehr gut. So, warte mal hier. Ich bleibe jetzt einfach hier. Zack. Den nehmen wir mit. Oh, er hat mich hier aber ganz gut getroffen jetzt. Zack. Oha. Da haben wir einen umgemacht. Habt ihr das gesehen? Zack. Oh, ich habe ein bisschen Lecks hier. Oh, Ulti rein. Jawohl. Oh, ich bin ein bisschen am Längen. Aber nur ein bisschen. Ist vollkommen im Rahmen hier noch. So. Zack. Den nehmen wir auch mit. Haha. Da kenne ich nämlich nichts. Digga, was geht denn hier ab, Mann? Wir sind übel gut. Oder täusche ich mich hier? Okay, wir brauchen noch einen und dann geht es hier ab. Ja, Countdown, Digga. Zehn Sekunden und dann ist hier Feierabend. Ja, zack, rein. Zack, nochmal rein. Und nochmal rein. Jungs, jetzt macht hier bitte keinen Schmarrn da. Ja, war ja klar. War ja mal wieder klar. Gut. Zack, schnappt ihr die Keule und raus. Oh, ach nein. Jetzt hat es mich erwischt. Ach, verdammt. Verdammt, ich bin zu genengt. Okay, Team hat es gegattert. Alles gut. Und jetzt ab nach hinten hier mit dir. So, war ja mal wieder klar, dass die hier auch nicht chillen können. Loll, ich sehe jetzt erst, wir fahren ja hier in einem kleinen, äh, in einem kleinen Auto rum. So. Zack. Und rauf. Und rüber. Sehr schön, Jungs, sehr schön. Nehmt euch mit, was ihr mitnehmen könnt hier. Hier ist Party angesagt jetzt. Zack. Drauf. Sehr gut. Sauber. Alter, Karlchen gefällt mir. So. Haha. Ich würde sagen, erste Runde geht an uns. So. Ich brauche hier kurz was zum Putzen. Naja, gut. Egal. Wir sind ja im Uncut-Video. Fast vergessen. Weiter. So. Alter, aber Karl gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht, am Ende war das jetzt übel gegen Bots gerade oder so. Komm, wir machen auch eine Runde. Wir gehen direkt nochmal rein. Äh, können wir, haben wir irgendwas Neues? Ne. Ich weiß nicht, wie schnell man da auch levelt. Ah, hier oben. Saison endet in 48 Tagen. Okay. Ja, dann machen wir doch mal die Saison durch hier. Ah, wir haben den Cold freigeschaltet. Ja, den kenne ich auch. Zack. Sehr gut, sehr gut. Sauber, sauber. So. Wir bleiben hier aber mal, würde ich sagen, beim, äh, wie heißt er nochmal? Karlchen. Gehen nochmal rein in die Juwelenjagd. Und nur noch ab dafür. Nicht? Oh, Mann. Das Spiel ist richtig gut. Ohne Mist. Also, es ist, äh, ein sehr, sehr, sehr nicees Game. Ähm. Yo. Ich würde sagen, wir gehen mal rein hier. Zack. Einmal hier hoch. Na, das war nicht so gut. Zack. Na, das war auch nicht so gut. Oh, oh, oh. Oh, ja. Und jetzt rüber. Ah, nein. Haha. Schade, Schokolade. Mensch, da ärgere ich mich aber. Haha. So. Und wieder vorwärts hier. Komm, er fährt da mit seinem kleinen Ding. Oh, es ist so wundervoll. Es ist wundervoll. Es ist wundervoll. So, wunder, 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 wundervoll. Wir haben da einen dicken Tank hier vorne am Start. Aber da gehe ich rein. Miau. Au. Haha. Verdammt. Gut. Hätte besser laufen können, sage ich ehrlich. Sage ich euch ehrlich. So. So, Karlchen, gib Gas hier mit der Bude, du. Ha. Er fährt da in seinem kleinen Moped rum, Alter. Das finde ich ja super. So, noch einer. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich ergatter mir hier einen. Zack, rein. Sehr gut. Zauber. Easy, Jungs. Ja, so machen wir es hier. Zack. Oh, der ist noch hier. Der ist noch sicher. Zack. Vorwärts. Ist Karlchen überhaupt so krass? Ich weiß es gar nicht. You make me un poco loco. Un pochititito loco. Doe. Kennt ihr das Lied? Ist das Poco? Ist das der Poco? Haha. Yo. Easy. Nächster Sieg. Ja, hier mit Mohammed 10Q. Haha. Und Kaxapok. Ne? 0,2. Weiß ich's mal wieder. So. Geh mal wieder rein. Brawl Pass. Kohle. Herd mit den Münzen. Zacker. Und ne Brawlbox. Die machen wir auf. Ich weiß gar nicht, was da alles drin sein kann. Münzen nehmen wir mit. Shelley kriegt wieder Punkte. Ninda kriegt Punkte. und es war's. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, in so einer Mega-Box oder in einer Brawl-Box. Wo kann denn überall ein Brawler drin sein? Ich weiß es nicht. Und die... Oh, die Season hier gerade. Wisst ihr nämlich, warum ich mir den Season Pass gekauft habe, Freunde? Hier unten. Hier hinten ist der Bass. Und ich finde, Bass sieht so cool aus, Mann. Und ich will Bass haben. Und das werde ich jetzt auch einfach durchziehen. Wir holen uns Bass. Das ist unser Ziel. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Ich habe noch nie hier einen Season Pass irgendwie gelevelt. Aber gut. Freunde, letzte Runde. Wir gehen rein. Zack. Abmarsch da vorne hier. Mit Jan Acht und Davi und Mokja. Moscha. Moschus. Moschus. Moscha. Gut. Vorwärts hier. Zack. Ich weiß nicht, ob ich zu aggressiv draufgehe oder zu wenig. Keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt einfach mal rein. Hilft ja nichts, ne? Ha, 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 ha. Ja! Ah! Jawohl, ja! So läuft's nämlich hier, der Digga. Ha, ha, ha. Brawl Stars nämlich jetzt. So ist es nämlich. Guck mal, wie aggressiv wir hier reingehen. So, total unnötig eigentlich. Aber wir haben einfach Bock. Weißt du, wie ich meine? Und wir sind ein Team und wir wollen gewinnen. Wir wollen erfolgreich sein. Und ich fahre hier in meinem kleinen Kutschenwagen da rum. Was ist das eigentlich? Sieht aus wie eine Loge oder so. So, zack. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich hier reingeultet aus Versehen. War tatsächlich wirklich aus Versehen. Gut. Dario, ab nach hinten hier, Mann. Was machst du da vorne, du? Ab nach hinten. Dario. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Zack. Nehmen wir mit. Und dann gehen wir hier noch rein. Einmal drauf. Es war so doof. Es war so doof. Es war so doof. Aber wir haben sie alle. Nein, wir haben sie nicht alle wieder. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Und jetzt aber ganz schnell. So, jetzt muss ich aber mal Gas geben. Die letzten PS muss ich ja richtig rausholen jetzt. Sogar. Er ultet hier rein. Abfahrt. Abfahrt. Wo ist er? Ja. Oh, mein Gott. What a safe. Woo. Oh, mein Gott. Alter, Vater. Habt ihr das gesehen, du? Das schaffst du auch nur. Wenn du krass bist. Und den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. So läuft es nämlich hier. Komm. Wir sind aggressiv. Wir gehen rein. Ja. So läuft es nämlich hier. Und nicht anders, würde ich sagen. Oder? Yo. Oh, ich dachte gerade schon, ich habe nicht auch Aufnahme gedrückt. Oh, gut. Ne. Easy, würde ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. So. Perfekt. Ja, klasse. So. Okay. Wir gucken jetzt mal. Wie viele Punkte kriegen wir hier jetzt dazu? Ja, okay. Es geht ja. Es läuft ja. Gut. Große Box. Dann kommen wir die ganze Zeit diese Boxen. Finde ich nice. Ne, finde ich nice. So, Freunde. Ich würde... Ach, warte mal. Hier können wir noch upgraden. Der Poco. Okay. Ähm, brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde gerne... Ich finde Karl sehr nice tatsächlich. Der gefällt mir richtig gut. Upgraden. Ah, nee. Ah, okay. Man muss erst diese Brawl-Punkte vormachen. Okay. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Gut. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wenn es sonst nicht mehr ist, würde ich sagen, wir haben drei Runden absolut schmackhaft reinrasiert. Und, äh, ihr abonniert jetzt. Hallo. Leute. Ich habe mich doch um entschieden. Ich möchte nochmal zwei Runden dranhängen. Zehn Minuten Video für einen Uncut ist doch ein bisschen kurz. Aber gut. Ich würde sagen, Freunde, lasst uns einfach nochmal reinschauen. Ja, Freunde. Neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Ihr seht, Haare nach hinten geleckt und ein anderes Shirt an, Freunde. Aber es ist, wie es ist, ne? Ihr wisst ja, wie ich meine. Gut. Wir gehen wieder rein hier. Zack. Wir sind heute mit irgendwas auf Arabisch und Sudeh. Sudeh, my friend. Ey, Lissan. So. Einmal. Zweimal. Der will richtig rein hier, der Kollege. Oh, ja. Und rein. Das gibt... Oh, jetzt hier wird richtig... Sauber und ordentlich ausgeschaltet. So muss sein. So, hier schön die Dinger einsammeln, ne? Und dann hier... Sag mal, die Gegner sind echt noch ziemlich schlecht, habe ich so das Gefühl. Muss ich ehrlicherweise sagen. So, den haben wir weggemacht. Ist der hier, der Kollege? So. Zack, nochmal rein. Da ist er. Zack, nochmal. Hä, hä. Oh, ja. Oh, ja. Am Ende spiele ich hier gerade die ganze Zeit voll den schlechten Charakter oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, hier ein bisschen Abstand halten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl, ja. So. Jetzt gehen wir da rein. Und machen hier mal ein bisschen Feierabend. Haha. Jawohl. So, sauber. Und nochmal hier ein bisschen. Sehr schön, Jungs. Sehr schön sauber und ordentlich. So läuft es hier. Und rein nochmal. Komm. Wir gehen aufs Ganze. Oh nein, wir gehen doch nicht aufs Ganze. Ich gehe doch nicht aufs Ganze. Vielleicht hier noch. Jawohl. Gut. Haha. Der Starspieler, Leute. Man kennt es. Ich weiß halt, wie es läuft. Leute. Eine Runde geht hier zwei Minuten. Das ist schon krass. Also, vielleicht waren wir auch einfach gerade sehr krass, würde ich sagen. Gut. Ne. Zack. Hier, schön gelevelt. Ne. Ordentlich. War der so. Und jetzt würde ich sagen. Shop, da ist was gratis. Gratis. Mal kein Verdobler. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr nice. Okay. So. Machen wir nochmal Juwelenjagd. Oder Showdown. Gefährliche Klippen. Neues Ereignis. Komm, wir gehen mal eine Runde hier Showdown rein. Showdown Solo. Han Solo. Oh, große Box. Münze. Powerpunkte. Powerpunkte. Und Charakter. Jawohl. Haha. El Primo. Schwergewicht. Zwei von vier Brawlern. Wollen wir direkt mal mit dem reingehen? Der wird tatsächlich sehr, sehr oft gespielt. Oder ne, komm. Wir machen erstmal nochmal eine Runde mit Karl. Erst nochmal eine Runde mit Karl. Ähm, Leute. Ich muss sagen, ich glaube, ich zocke jetzt ein bisschen mehr Brawl Stars, weil das mir wirklich echt sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, ich verstehe auf jeden Fall definitiv den Hype um das Game. So, hier erstmal ein bisschen reinschmirgeln. So, den holen wir uns, würde ich sagen. Der rennt hier auch schon fleißig weg, würde ich sagen. Wo ist er denn? Oh. Zack, da haben wir den. Sehr schön. Sauber und ordentlich ausgeschaltet. Ah, das ist das, wo hier diese, äh, die Seitenteile immer näher kommen. Ah ja. Gut, gut, gut. Was ist das? Ich lasse die Kisten jetzt einfach mal ganz, weil eigentlich interessiert es mich nicht. Solange ich hier full life bin, ist das vollkommen in Ordnung. Ah, hier, guck mal. Zack. Ordentlich. So, wir könnten jetzt rein theoretisch ulten. Oh, oh, wir sind fast down. Oh, nein! Oh! Das, er hat, er hat selbst rein geultet. Naja, gut, komm. Lassen wir nicht auf uns sitzen. Platz drei, verlassen und direkt wieder rein. Direkt wieder rein, noch eine Solo-Runde hinterher. Da kenne ich nämlich nix. Haha. Solo-Show da. Jeder gegen jeden. Na super, da freue ich mich ja. So, wir gehen erstmal nach hier unten rechts. Weil da habe ich nämlich jemanden gesehen. Zack. Ist er das wieder? Oh ja. Zack! Hahaha. Easy. So, wir sammeln hier wieder diese Teile auf. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was es bringt. Sind die... Oh, Junge. Da knallt's. Na komm. Schuss! Und rein! Jawoll, gute Nacht, schlaf gut. Haha. So. Übrige Brawler. Es sind noch sechs Leute da. Gut. Gehen wir mal hier runter gucken. Da ist doch einer. Sag mal, was campen die hier eigentlich alle im Busch? Ich habe manchmal das Gefühl, wir spielen hier gegen Bots irgendwie. Oh, man kann ja boxen! Alter! Wenn man hier drauf tritt, dann macht er noch irgendwas. Das wusste ich nicht. Okay, was ist das hier? Ah, eine Bombe. Ja, nice. Nee, da halten wir Abstand. Gut. Und rein. Ah, ha, ha, ha! Oh! Ja, reinrasiert, würde ich sagen. Reinrasiert. Ich bin erst einmal wieder. So. Hier so ein Eins gegen alle macht übel Bock, muss ich sagen. Ähm. Was haben wir denn hier? Komm, wir nehmen mal jetzt diesen Poco. Ich habe den noch nie gespielt. Ich habe den noch nie gespielt. Wir gehen jetzt einfach mal eine Runde rein. Karl mag ich sehr gerne tatsächlich. Aber Karl ist ein bisschen... Ich weiß nicht, der fetzt nicht so rein. Weißt du, wie ich meine? So. Noch nie gespielt. Erste Runde hier. Wie heißt der überhaupt nochmal? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, bin ich euch ehrlich. Äh, so. Wir können... Okay, ja, der schmeißt so die Fäuste. Yo. Oh! Ha, ha! Easy. So. Zack. Nehmen wir mit. Sag mal, ich glaube, die Leute hier sind einfach noch nicht so stark. Ich bin euch ehrlich. Oder wir sind einfach krass. Das kann natürlich auch sein. Also ich laufe hier rum, als ob es keinen Morgen gibt, ne? Aber ja, ich betitle es jetzt einfach mal so, als ob wir einfach krass sind, Freunde. So machen wir es nämlich. Und nicht anders. So, komm her. Zack. Oh. Hier nehmen wir ein bisschen Abstand. Da habe ich keinen Bock hier, dass wir hier sehr auf die Schnauze kriegen. Ah, den hier kennen wir doch noch. Zack, zack, zack. Pa, 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 pa. Ja! Ordentlich. Würde ich sagen. So. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Da haben wir nämlich noch einen. Das ist nämlich auch der letzte hier. So, komm her. Guck mal, wie er wegrennt. Er hat einfach Schiss. Er weiß, jetzt ist es vorbei. Und das ist auch okay. Zack. Und dann haben wir wieder gewonnen. Ha, ha, ha. Easy. So. Gehen wir nochmal rein. Komm, eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Hier haben wir noch irgendwas freigeschaltet. Ich weiß tatsächlich gar nicht, für was diese Punkte sind, wenn ich ehrlich sein soll. Aber gut, egal. Gut, hier können wir upgraden, aber die spiele ich aktuell eh nicht. Von daher behalten wir das einfach mal so. Komm, wir gehen nochmal mit dem Boy hier eine Runde in Juwelenjagd rein. Und dann machen wir Feierabend. Würde ich mal sagen. So. Zacki. Zacki ab dafür. Zacki. Zacki. So, hier direkt den ersten nehmen wir immer mit. Eins, zwei. Sehr schön. Hier gehen wir hoch. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Ha, ha, ha. Jawohl. So, hier oben kommt wieder einer. Oh mein Gott. Jawohl. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Immer drauf. Immer drauf. Hier nochmal reinschmeißen. Pups. Ha, ha. Das war jetzt gerade nicht so gut. Das war nicht gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da wollte ich zu viel. Da bin ich auch einfach in die Base von den Gegnern eingedrungen. Irgendwo ist dann auch halt... Irgendwo ist dann halt auch einfach genug. Da will ich manchmal so schnell reden, dass ich gar nicht hinterherkomme. Hier oben ist noch einer. Den holen wir uns. Jawohl. Zack. Sehr schön. So, hier noch zwei von den Dingern und dann ist hier Abfahrt wieder. Oh nein. Ach, nö. Aber gut, wir schaffen es. Wir sind schon bei 10. Ich gehe jetzt noch schnell hoch, dass ich hier nochmal draufkloppen kann. Und dann ist Jude. Komm, Jux. 9, 8, 7. Durchhalten. Durchhalten. Sehr schön. Sehr schön. Ordentlich. Und dann hier nochmal er. Läuft. So, sind wir jetzt hier. Okay, wir sind nicht Starspieler, weil wir haben keine Sachen eingesammelt. Aber das ist okay. Hahaha. Jawohl. Der gefällt mir tatsächlich auch sehr gut, der Brawler hier. Sehr, sehr nice. So, liebe Freunde. Ich würde sagen, das Spiel macht sehr, sehr viel Spaß. Lasst mich jetzt gerne in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Denkt ihr, wir sollen jetzt so eine Reihe starten? Mal gucken, vielleicht so drei Videos die Woche. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Lasst mich jetzt in den Kommentaren wissen, was ihr dazu sagt. Und, äh, ja. Okay, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir haben ihn umgeschmiert. Und ihr abonniert jetzt. Ganz einfach. Juhu. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020